Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Ich sehe, das ist ein wenig knapp. Ich sehe, das ist ein wenig knapp. Ich sehe, das ist ein wenig knapp. 30. Dezember Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. Sieben Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft es ja. Seltsam, dass hier nur sieben Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Was ist hier? Schatz, ist mir egal. Das Kreuz muss richtig stehen, sonst sind wir verloren. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nost gefangenen Einheimischen, vermutlich nach Spanien, Glauben verkauft. Ich eine Hexe? Ich bin eine Kräuterkundige, von der Schulmedizin sträf... Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht sp... Wie... Hast du die Hinweise enträtselt? Du musst die Kinder irgendwie von diesem Ort wegbringen. Das könnte was sein. Da ist etwas. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sieht aus, als wäre hier was. Katzen, Gold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Und was hilft dir? Da ist das nächste Kreuz. Ich sehe noch eins. Ich sehe noch. Ich sehe noch gedacht. Wir können, wie geht's dir? Ich sehe noch eins. Ich sehe noch nicht. Ich sehe noch nicht. Ich sehe noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollten wir dann nicht auch leise sein? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hunderte haben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hatte nicht mit Fallen gerechnet. Ein Speer hat meinen Bauch durchbohrt. Oh Gott, was riecht denn da so? 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 Vielleicht ein Unterwasserweg. Oh Gott, was riecht denn da so? Oh Gott, was riecht denn da so? Soll das einer der ertrauteten Bötter der Unterwelt sein? Soll das einer der ertrauteten Bötter der Unterwelt sein? Oh Gott, was riecht denn da so? Oh Gott, was riecht denn da so? Oh Gott, was riecht denn da so? Da scheint ein Floß unter der Oberfläche zu sein. Das war's für mich. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich weiß nicht mehr, wie viele sind. Was ist das? Unglaublich. Ich muss das Floß freikriegen. Ich muss das Floß freikriegen. Die Piranhas fressen die Leichen auf. Ich muss das Floß freikriegen. Ich muss das Floß irgendwie an die Oberfläche holen. Ich muss das Floß freikriegen. Ich muss das Floß irgendwie an die Oberfläche holen. Ich muss das Floß irgendwie an die Oberfläche holen. Ziehen hält das Tor nicht offen. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Alles voll. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ich bin Trüelof. Wenn Stürme wüten. Ich muss das Wasser abzusenken. Ich bin Trüelof. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Alux Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah! Ah! Halt dich doch! Ah, das mach ich doch! Die Axyl sind auch hier? Ah! 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 Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich brauche eine Explosion, damit die Plattform schwingt. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss das Gas freisetzen und dann entzünden. 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 Ich brauche eine Explosion, damit die Plattform schwingt. Ah! 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 Schatze! 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 Das scheint eine Art Primit... Schatze! Schatze! Ich muss das Gas fressen. Setzen und dann entzünden. Alles voll. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Eine Explosion würde die Plattform anheben. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ich muss die Plattform losschneiden. Ich kann nicht mehr fahren. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur da rauf. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur da rauf. Ich muss die Plattform losschneiden. Ich muss die Plattform losschneiden. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines... Ich brauche eine Explosion, um die Plattform anzuheben. Ich muss die Plattformen ausprobieren. 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 Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss klettern. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. 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 Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss klettern, um den Balken zu erreichen. 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 Vielen Dank.